Der Kollege Franke Heute am 31. März die Verhandlung vor dem Sozialgericht in Altenburg. Er hat sie verloren. Herr Franke, Ihre Einschätzung? Ich sehe, dass die Verhandlung an sich in Ordnung war. Es gibt natürlich viele weitere offene Fragen. Ungeklärte Rechtlichkeiten, die das Gericht durchaus hätte berücksichtigen sollen, hat es nicht getan. Warum, das weiß man nicht. Wie heißt es so schön? Vor Gericht oder vor Sie ist man in Gottes Hand. Werden Sie weiter streiten? Ja, werde ich. Danke. Und hier haben wir noch Hannes Schemeinta. Wir waren ja alle Kollegen im Betrieb, aber mit ihm habe ich selber zusammengearbeitet. Hannes, wir haben auch neuere Vorschläge gemacht, weißt du noch? Ja. Lange her. Und wie hast denn du das alles so aufgenommen heute? Ja, ich will mal sagen, nicht nur der Herr Franke hat die Gerichtsverhandlung im Prinzip verloren, sondern wir viele, viele, alle Ingenieure aus dem VB Elektronik Gera. Aber ich bin sehr, sehr enttäuscht. Es ist ein wahres Wort eines Betroffenen. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich kenne ja den Herrn Fischbach persönlich. Ja. Und mir hat gut gefallen, dass er mich als Rechtsbeistand von Herrn Franke akzeptiert hat. Ja, sehr gut. Und er hat die erste Verhandlung gehabt und ich war das erste Mal Rechtsbeistand und wir machen weiter. Und das Schöne ist, da sieht man, dass der Herr Fischbach wirklich noch einen objektiven Blick hat auf das Ganze. Ja, das kann ich nur bestätigen. Siehst du, er will nach Gera kommen und wir können dann im offenen Kanal nochmal darüber reden. Das freut mich, das freut uns und damit soll es Schluss sein für heute. Bis zum nächsten Mal.